Erster EMP geht gleich raus. Ja, jetzt EMP in der letzte Dame. Sehr schön. Ich bin da, wo ist die... Ich weiß noch nicht, wo die Leute sind. Wo sind die? Zwischen Station und mir. Dort, wo Kaiser grad hinfliegt. Ah, da. Sieht nichts. Okay, also ich würd jetzt anfangen, ja? Noch nicht. Sammeln die gerade? Die sammeln gerade einen, die ich glaub nicht, dass sie mich gesehen haben. Dann wartet, bis die fertig gesammelt haben. Snare feuert. Wo ist ein Käpt'n... Also Kaiser da? Ist aktiv. Also sie können nicht mehr wegspringen. Okay. Bevor ihr anfangt zu schießen, wartet, bis die fertig gesammelt haben. Zielname ist F-I-G-M-A-N-T. Ich jag den durch den Bord. Will irgendwer schon kommunizieren? Äh, ich mach KOMS. Ich mach KOMS. Ich hab 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 KOMS. Okay. Die Schilde müssen runter. Jo, der hat getroffen. Noch nicht EMP'n. Sorry. Ich hab KOMS. Ich hab KOMS. Ich hab KOMS. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön Jungs. Die müsste komplexer hittet sein. Hat er aber noch keine FEC gehabt. Ah doch, sie ist weg. Jetzt, jetzt ist's weg. Die ist schnell aber. Ah, ich seh das was. Ich hab meinen noch vorbereitet. Wer macht die Coms? Ja direkt nochmal. Ich mach Coms. Soll ich noch einen hinterherhauen? Ja hau nochmal einen rein. Ja warte ich los dann. Das ist gern Fehlfeuer. Jo getroffen. Alter ich hab auch langsam keine Schilde mehr. Die haben mich auch beschossen gerade. Jaja aber die sind aus jetzt. Die sind aus jetzt ja. Ja. Ich mach weiter Coms. Wer EMP hat nochmal EMP? Habt ihr alle noch Schilde? Nicht EMP, ich hab keine Schilde mehr. Schilde? Jetzt hab ich wieder Schilde. Jetzt könnt ihr wieder EMP'n. Jo ich lad auf. Meine ist geladen. Fast. Fast. Die ist aber noch zu schnell zum Boden. Ja ja die ist zu schnell. Hallo mate leave your seats please. We only want money from you. Pay us 30k. We want 30k from you. Pay us 30k and you will be. Let's go. Jo Jo Jo. Ich lass. You need to leave your seat to use a MO Trader. Habts ne EMP ready? Ja ich bin dran. Ich bin dran. Geh rein. Geht jetzt raus. Weiß. Und er ist wieder aus. Weiß. Und er ist wieder aus. Jo. Jo. Ich hab einen ready. Oh er will mich rammen. Bewegt sich gar nicht bei mir. Ja der kann sich nicht rammen. Der ist mit 200 Sachen unterwegs ne. Ja. Kann sein dass es da ran lag. Ja der auch neu. Ich geh in decoupled mode. Ich geh in decoupled mode. Also ich seh ihn. Er schaut mich aber nur blöd an. So seid ihr in nem Video Call? Ja. Jo. Ich. Ääääääää. Aber mein EMP geht wieder nicht. Cool. Gut. Ich bin drauf. Wow. Also er wird auf jeden Fall langsamer. Okay, er ist bei 40 Meter pro Sekunde, 20 Meter, er steht fast Ja, IMP noch mal, er ist wieder an Er fliegt wieder I repeat, leave your seat and pay us 30k Else we will open fire with lethal weapons Deal hat er geschrieben, im Glaube Deal? Ja Nice Er ist stehen ge- Nee Shields, Max Die haben jetzt Quartanium und wir werden explodieren gleich Jetzt alle mal aufpassen, ob er überweist Er ist aus dem Sitz Aus dem Sitz Achtet alle drauf, ob er überweist Scannet wegen Unknown Ich scanne schon Er hat EMP sieht Er ist jetzt alleine, ich dachte er ist nicht ganz Jungs, wie viele Lifesigns waren da am Anfang? Am Anfang waren drei Dann kommen gleich zwei Fightern zu uns Haben wir Anti Escort? Nee, ich hab keinen Wissen, nix Nur Distortion Hat er überwiesen Ich will wahrscheinlich Zeit schinden Bist du ja noch nix überwiesen? Hast du ihn nicht? Gib ihm 40 Sekunden oder 30 Sekunden Okay Wie gesagt, nur noch der Pilot an Bord, seine zwei Kollegen haben ge- Backspaced Ich hab geschrieben, you have one minute Ja Ab jetzt Jungs Jungs, soll ich für den Notfall schnellste Talon wechseln? Äh, welches Schiff hast du? Okay, er hat gesendet Er hat gesendet Er hat gesendet Er hat gesendet Alles klar Abflug 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 Untertitelung des ZDF, 2020